Musik Dann kannst du dir direkt davon direkt aufmachen Ey, Leute, ich glaub wir müssen mal Zement farmen, wir haben fast gar kein Zement Ja, weil du in der falschen Stelle sitzt Guck mal im Chat Ähm, Fächer, Ironie Ironie Katze, Katze Hast du vorher gemerkt oder jetzt erst? Bitte sag vorher Reisch, hallo So, wir sind wieder zurück von der Pause Jetzt gucken wir das mal raus Komm, wir sind in der Trier, Shadow Nein, er macht eine Ansage Guck mal im Chat Habt ihr es auch gesehen? Nein, okay Du triffst super, eine Ex Eine Ex, die du beschuldigt, der auch Ja, verdient er das Ja, der ist ja nach oben Nein, du musst drumherum Wer kann dem Beweis bringen, dass er Ex-Leged ist? Drumherum Ich Was? Ich kann dem Beweis bringen Ich Ja Ich, hä? Soll ich? Raus Jetzt hoch Hoch Also wer möchte jetzt die Trier-Akuleo-Katze? Ich Okay, also Dustin hat sich mal einen richtigen Speed-Rex gegönnt Was ist das denn gerade? Ich brauche eine gute Trier-Akasse Ey, willst du das Ei oder willst du... Klein Mammut möchte aufgeholt werden Klein Mammut möchte aufgeholt werden Achso, du willst das Baby Ich habe gedacht, du willst das Weibchen So viele wollen das Baby Machst du Hilfe in die? Ja, sind drei Allos Wollen wir ihn auf neutral machen? Tameser, Tameser Das ist kein Alpha dabei Bei 135er Dann sind zwei das gleiche Lasse, glaube ich 135er Was? Der ist dabei? Was? Ilk-Tamer Der, die sind schon fast tot, das kannst du vergessen Was? Ich glaube, ob der 135er noch lebt Was? Was? 135er Golem weiter nur Hallo 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 Das Mammut voll abgeholt werden Wo? Ein Streiselzug Das weiß ich nicht Imperialer Streiselzug Ja, schon stirbt er Ja, schon stirbt er Egal, lass ihn sterben, Imperialus in die Kacke Was? Der ist noch Der ist noch Das war der 135er Der ist auch Berg-Marmut-Sattelgelehr Der ist auch Berg-Marmut-Sattelgelehr Ich denke, ich tank ihn, schieß drauf Also die Schülerkatze ist schwanger und.. Ja, ich komm schon Wurde geschwängert Ist jetzt bei 23% Kann es eigentlich auch sein bei denen, dass ähm, da mehr, mehr kleine direkt rauskommen, oder ist es da immer nur eins? Ja, da kann auch mehr rauskommen. Da können auch fünfe rauskommen, oder? Können nicht nur eine rausdrücken. Kann jetzt eigentlich irgendwer mal aufm Vulkan Perlen holen? Ja! Ja! In der Base? Ja! Du stupid human! Wow! Wow! You know me? Was ist mit Impi falsch? Ich hab irgendwas genommen. Puta. Kokaina, Koka, 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 Ina. Direkt aus Costa Rica. Weißt du, Primate? Ich hab sogar... Echen, das Treffen, das ist... Oh, wir haben auch Primate. Oh, lecker, Mann, Mann. Was hast du noch da? Was? Weil jetzt macht er ja echt ab. Oder was? Oh, ich hatte immer weiter. Oh, geil. Beim Join wieder geflogen. So erging es mir gerade auch. Cool, er ist in der Base. Ja. Nein! Ey, der bewegt sich so. Jason, warst du jetzt mal mit deinem Säbler zu Hause? Bin ich weiter zu Hause? Ja, bitte paaren. Komm gleich ein Kind raus. Darf ich den Baby holen? Oh, er liegt im P. Ja. Ja, wer war das? Ich ja. Aber ich join. Da nimmt's irgendjemand anders, der. Ich. Diplo kippel, Ilka. Da kommt kein... Diplo. Soll ich holen gehen? Ich glaub's nicht. Jaja, du wär schworer Leid. Also hol Kipp. Ich fahr'n. Ich fahr'n. Nimm die Katze und nimm das. Diplo. Ich komm' vor. Ich bin im letzten Ding am Join. Gott fress das Vieh. Ja. Das, das, das stirbt denn sonst? Dann... Ja, dann komm' ich. Was? Ich darf ja meine. Impi, dann unclaim du. Das stirbt nicht. Das läuft nur rum. Was soll ich... Wo war ein Turret noch? Och, Jungs. Ist tot. Wer hat das Turret nicht richtig eingestellt? Echt jetzt? Was ist dann jetzt gestorben? Ah, das Baby-Tüler, weil die Turrets nicht richtig eingestellt wurden. Tja. Hä? Als ob das nur 840 Leben hatte. Das waren nur 70. Ja, war sowieso Dreck. Ja, dann nimm ich jetzt einfach das Weibchen. Dann dann da. Ey, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte Kibble holen, oder? Wo ist denn der Kibble-Türschalter? Wie, im Privatvereng nochmal? Dilo? Diplo? Mach das scheiß Schild, wenn... Diplo... Was wurde gerade überhaupt ablassen? Die Tüder Koleo Baby-Catschen. Hä? Welches Turret war bitte umgesch... Da vorne? Ja, da ist er vielleicht so... Da hab ich mal draufgeschossen. Keine Ahnung, erst als ich es hier um die Ecke kam, wo ist er schossen? Ach, warte, das ist da oben. Das zweite hier oben. Ach, warte. Komm nicht dran, dass ich es umstelle, ne? Ja, geh mal weg. Na, ich schon mal weg. Na, ich bin grad immer noch geplotform-sattd. Jetzt! Baby, die hat jetzt hier nur Sinn oder so dumm aus, und dieser riesen Kopf, der kleine Körper. Wow, der hat halt nur 4000 Leben, auf was fahren wir denn in den Skillen? Auf Leben, oder? Wo ist denn jetzt mein Volk? Auf was fahren wir denn Rock Golem skillen? Leben. Warte, was hat er? 3000, 7000 Leben hat er. Er hat Krimi hochgepusht auf 30k. Nein. Doch, easy. Er hatte 3600, jetzt habe ich 20 Level reingesteckt und er hat 7000, nicht einmal. Achso, ja dann. Wie wollen wir den zweiten Parasur skillen? Zum tanken? Ja. Der eine ist für Rock Golem sole, der andere ist für Power. Wie sieht's aus mit Geekers? Thomas Hüchte. Ja, da macht einer 5. So, ich bring den Alu wieder. Der ist durch. Ja. Der ist 202 geworden. Ich geh gleich wieder auf Wüste, Polo kommst du? Ja. Und zu der Nähe war ein Alferabtor. Äh, ist der zweite Wolf nicht fertig? Würde ich ganz gerne killen. Wo ist mein Wolf? Warte, ich komm gleich mal. Ich hab doch einen Wolf gehabt. Da hinten stehen vier Wolf nebeneinander. Ähm, wie heißt das? Warte, ihr habt noch gar keinen Wolf mehr. Da muss Fähchen, irgendwie da muss Fähchen gleich in die Sumpfhöhle. Weil Fähchen hat noch den zweiten gezüchteten Wolf. Das war eigentlich am längsten Verpaarungsbereits. Von der zweite. Mein Wolf ist auch dann ein Weibchen. Das heißt, sobald... Ja, klar. Aber dass wir dann Dement holen können. Auch wenn wir eigentlich Zement genug haben, aber... Pfeift hier. Ah, da kommt noch einen. Ist der Dankbieter schneller mit der Düngerproduktion? Äh, ja. Bisschen, nochmal. 145er, Alu. Äh, 10. Ist der männlich? Die mehr. Ja, für weiblich und immer schon. Dennoch, dennoch, dennoch. Der immer. Hildger, hast du wieder Wolf? Äh, ich hab ne Tüla Coleoka dazu. Greift aber gerade Roto an. Mit dem Alu-Kollegen. Ne, Wolf hab ich nicht. Aber Fähchen hat einen Wolf. Was? Fähchen hat einen Wolf, dann geh doch mit Fähchen und Molten. Ne, Pole, was? Der Alu greift mit seinem Alu-Kollegen da beim Pronto an. Ah, mit dem Kollegen sag ich doch nicht, ich wär getamed. Du brauchst einen Wolf. Oder du nimmst den Frosch, weil Fähchen und Wolf hat. Ja, dann hat Molten keinen. Äh. Du haben Alu-Headshot-Motiplyer? Hast du einen Wolf? Wir haben zwei Wölfe. Die zwei Personen gehen dann. Und dann brauch ich noch einen Froschräum. Ja, ich würd auf einen Frosch gehen. Dann nehm ich einen Wolf, oder? Ne, ich und Fähchen sind doch die geprägten Wölf. Ja, dann geht Molte, äh, Frosch. Und in der nächsten Runde nehm ich du den Frosch. Okay. Äh, oder Elka passt mit dem Saber oder so vor der Tür auf. Nein, das ist Kämpe. Äh, Wöl darf man abkämpfen. Ja, darf schön. Ja. Ja, dann mach mal das so. Finde ich süß. Nicht, dass wir von hinten dann abgefarmt werden. Elka versteckt sich dann. Die Betrotten. So, ich warte am Stargate, ihr Freunde der Sonne. Ähm, mein, Wolf ist noch nicht ganz fertig. Ja, ist noch nicht was. Und der muss dann noch levelern. Der bleibt dann wieder hin. Ich geh wieder aufs Boss. War hier nicht eben noch ne Katze, die wohl gleich ein Kind rausfällt? War da. Äh, mag die Mantarmon oder darf ich mir die dann nehmen? Elka? Ist doch tot. Ja, ich mach das. Ich level noch. Ich mach schon. Okay. 200 Munition geht auch immer. Mh, wenn du ein bisschen wartest. Ich kaufe gleich in einen. Fabrikator, Turids. Wohl warte ich, zieh die Turids vor. Irgendwie, was ist eigentlich mit Nesus? Ist raus. Hast du ihn ersetzt? Ja. Gegen? Und wie du, wie du magst? Entweder Grievous oder Elias. Wie du willst. Okay. Und was mit Dustin? Dustin pennt anscheinend. Äh, Katze will gefangen werden. Welchen sitzt du? Hey, Dustin spielt auf dem Team-Server grad. Was? Katze will gefangen werden. Den lieber ihn holen. Ich glaub der ist vergesslich gleich. Ich glaub der ist vergesslich gleich. Katze und Gregens sind's praktisch gleich. Äh, Katze will ich. Mach. Ich nehm, ich nehm. Egal. Bis spät. Ich mach nicht fünf Jahre alt. Du reiß Mikro alter. Darf Elias schon aus der Base? Wenn er will, ist das so ein Problem. Elias, möchtest du mit mir auf die Fieste? So, äh, Malto? Ich hab kein Tier. Äh, wir haben noch schon irgendwo ein Tier. Wir machen Abfahrt. Fähchen schon? Hier ist ein Silbertus. Warte, warte, warte. Was? Warte. Was soll ich nochmal mit dem Wolf ungefähr haben? Anwerten? Leben, Damage. Danke. Speed ist wichtig. Was soll ich nehmen? Jetzt gleich. Ey, wie viel Ding hat er bitte der Alu bei dir gebraucht, Elka? Das dauert ewig bei mir. Ja, ich hab mit Schockinoids hochgeschossen. Ja, ich auch, Mann. Welchen? Ich hab dann auch schon Zähne kopfgebolzt oder so. Der liegt immer noch nicht. Okay. Ne, egal welchen. Okay, dann. Ich muss U drücken. Nein. Frosch, hopp! Okay. Ich bin schon damit. Ah, Taucheratzug, denken an eure Taucheratzug. Ich warte draußen auf dich. Komm nochmal. Oh, jetzt hat es ja da. Mir fällt da, komplett da. Hast du warten? Ne, mir fehlen nur zwei Teile. Ich brauch einen kompletten Taucheranzug, richtig? Ja. Oder drei Tauchersachen und zwei Scooter-Sachen. Nein, komm. Wer geht da jetzt alles hin? Ja. Bring einfach hier rüber. Kannst du auch spielen. Also hier warte. Woll ich mitgehen? Nein. Fuck ey, ich brauch wieder Kampel und Bobweiler. Und da müssten Flossen hergestellt werden. Haben wir nämlich keine mehr im Tresor. Flossen? Ja, okay. Okay. Mir fehlt nur Brille und... Er fliegt irgendjemand? Bis im Tresor. So ist das Rex. Brille und Wohl. Was ist denn das für ein Scheiß-Bug? Ich seh noch nicht mal, was ich zum Baue brauch von der Sache. Ah, das musst du oben Dings anschalten. Oben rechts. Neben dem Ordner anschalten, es steht irgendwas mit... Ja. Ja. Ja? Was? Ist man da am Strand? Ja, du... Ah, du musst ein Roller View machen. Siehst du mich? Hier, hier, hier. Dieses... Toggle-Tips. 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 Toggle-Tools. Toggle-Tools. Muss das Inventar gehen. Dann Toggle-Tool-Tips. Ganz rechts oben. Niemand kommt. Wenn einfach. Mach ich auch immer. Wo soll das denn? Bei der Inventar. Es steht doch Suchen im Pi, ne? Suchen. Ah, ja. Da rechts, diese Reihe ganz rechts. Ah, hab's schon. Okay, okay. I'm the brain. Du musst immer an mich fragen. Kein Problem. Gerne. Gerne. Es hat trotzdem so lange gedauert, bis der Antwort... Du hast so lange gedauert. Ich hab auch ein bisschen, um das zu realisieren. Genau. Es ist das Brain, aber sein Brain ist nicht das Allerschnellste. Sei viel Denken. Oh, ich bräuchte unbedingt... Was? Ich muss da noch Gewicht scan. Ah, Gewicht. Stimmt. Ups. Chris wird angegriffen. Ja, mein. Ja, mein. Ja, mein. Das ist Magistin. Töcher. Schuhen. Töcher. Ich bin jetzt. Oh, ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Oh, ich bin jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Soll ich irgendwas farmen, tun, machen? Dank Hüdo Dödel, Robich, ist das Beste. Jetzt mach ich jetzt zwei Sessions. Nein, du kannst später auf Meeren holen. Aber erstmal einmal. Jetzt kommen wir noch Ansprüche stellen. Okay, mal schauen, ob ich überlege, wie ich geh jetzt durch. Spring richtig weit durch. Vollsprint. Sicher. Holte, wir sind am Ingang. Geh hinter euch. Terror-Bird, Terror-Bird, warte. Ja. Jetzt holen. Vorne ist kein Tier. Und rein da. Sind hier Tiere? Noch nicht. Ja, die sind weg, Impi, die sind weg. Ja, Tiere. Okay. Ich kriege ja selber noch nach stehen bleiben. Wieso? Schredderer. Ich nehme auf Slaber achte, weil hier ist Heavy. Heavy. So Heavy wie bei Heavy. Ich muss gleich noch auf jeden Fall schnell Gewicht skillen, weil sonst bin ich schon Lash rausschmeißen. Vollfeed und dann rausschmeißen. Ich kann sagen, wenn du vor der Tür bist, dann wissen wir, dann weiß ich, dass ich nicht mehr allzu viel nach hinten brauche. Ja, ich bin, ich bin echt, äh... Ich bin echt, äh... Ich kann aber noch keine fliegen da, ne? Doch, ey, nee. Warte alle weiter zwischen schon. Kannst du da oben? Wo? Wo? Wo uns. Hast du Fernglas? Ja. Wer will? Ah, ich hab ja was sogar noch so einfach rausbekommen. Ich hab... Hey, ich... Machst du da mehr oder mich? Wer ist ja... Wer hat das? 40? Brauchen wir nicht, oder? Weiß ich nicht. Wo bist du? Und wer nach oben? Mann, die Leute, du bist gar nicht runtergehöht. Warte, jetzt... Ich darf nicht beißen, nicht beißen. Lass den Frosch machen. Du bist jetzt gleich ganz schön in den Giga vorbei, ne? Frosch? Ja. Hab... Hab ich alle, oder? Ja. Ja, da ist ein Tühler. Okay, ich... Ich... Ich schütz die Höhle. Wir brauchen jemand wo Steinen fahren, wenn wir hier zurückkommen. Wenn wir zurückkommen. Steine liegen doch schon vor Ort. Ich muss mal kurz ein bisschen einstellen, was umstellen. Kommt euch. Ich muss mal kurz ein bisschen einstellen, was umstellen. Was umstellen? Warte, ich fahr mit Rockgoldern. Ähm... Ist Rockgoldern noch besser als Töte? Ich weiß, dass der Rockgoldern extrem viel fahrt. Okay, bin fertig. Warte, Seem, ich muss auch was umstellen. Tut mir eben die vierige. Warte mal. Ähm... Warte, ich forsch wieder kurz. Ja. Ich fahrs wieder eben. Bissl. Ne, du... Du, Edikos, fahnd am besten. Mal, du, überm See, siehst du? Hinter der Spindung. Der Skablon und dem Wasser. Ja. Auf was soll mal Sonic denn bitte skillen? Auf Leben oder was? Ja. Was ist Sonic für ein Tier? Dirty. Tankdirty. Tankdirty. Oh. Ja, komm. Molde bei mir fliegt noch. Ja, ich muss aufpassen, wenn der Frosch noch ein, zwei Mal von irgendwas Skorpion ähnlichem gebissen wird, dann liegt der da. Das war natürlich. Keiner. Ein Level. Ein Level. Ein Level C. Ja, da war kein Woll. Ja, das stimmt. Achso, ne, das habe ich doch so. Bist du? Ähm... Siehst mich? Wo? Hinter dir. Jetzt vor dir. Was war das? Das war das Stachel-Echsen-Ding. Das waren voll viele. Was? Du schießt ja auch so viel. Achtung, da kommt noch Skorpion. War weitergerannt. Wartet schon mal kurz. Nein, vorne hinten ansehe ist die Stelle, wo ich nicht weiterkomme. Die G-Team bringt mir mit. Wie viel, wissen wir noch nicht mehr. Wir sind erst drin. Wie viele habt ihr jetzt? Ich habe schon 10.000. Sehr fliegen. Einfach weiter oder besser noch? Also, ich habe bis jetzt Stein für 20... Ne, für 40.000. Für den. 160.000. Auch da? Oh, ich habe 2.000 Cheat. 15.000. Ich gehe jetzt vor unserem 1. Prozent. 2. 5. 2. 4. 5. 2. 1. 1. ja doch noch ich komme Röhrmann doch dann er ist doch ich bin nicht in die Richtung wo wir hergekommen sind nur so gerade in die Arme zu fahren also diese if nicht nicht das ich die nicht keine Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020